Ähm, hallo? Willkommen zu einem neuen Video. Ich will nämlich... Ach, warte. Ich... Spiel eine Runde Fall Guys. Ja. Ich bin echt ein Noob da drin. Falls ihr... Ach, schon wieder. Und so sieht es aus, wenn irgendwas fehlt. Und den Start von Fall Guys. Äh, ich hab was vergessen. Ich muss ne... Und so sieht es auch in OBS aus. Muss nämlich... Audi... Je. Pff. Mann. Wisst ihr... Schreibt mal in die Kommentare. Ah, da. Spielaufnahme. Da. Da. Guck mal da. Unendlich. Ja. Ähm... Hört ihr was? Ich glaub, ihr hört was. Hoffentlich. Wie gesagt. Und so sieht Fall Guys beim Starten aus. Ich weiß, ich liste... Liste wieder etwas, aber das hört man leise. Aber auch nur sehr leise. Ich zeig mal... Ich guck mal, was denn heute im Shop ist. Anscheinend nichts, was ich mir kaufen kann. Dann spiel ich mal eine Runde. Oder ich zeig erst mal nochmal, was ich so für Skins hab. Outfits. Ich bin noch so ein Noob in der Art. Ich hab Latte freigeschaltet im Game Pass. Dann hab ich noch... Die Muster waren schon. Das Gesicht ist erst Standard. Und dann hab ich hier den mir gekauft. Aber ich spiel mal mit dem Einhorn. Äh... Es ist Einhorn. Ich glaube, da nehme ich eine andere Farbe. Hm, ja. So sieht schön aus. Jetzt kann ich auch schon starten. Und wie gesagt, ich spiel nur zwei Runden. Ich bin echt nicht gut drin im Vorgeist. Und ich hab noch kein Schnittprogramm. Könnt ihr mir bitte auch mal... Oder könnt ihr mir bitte in die Kommentare schreiben, wie man, bitteschön, ein Schnittprogramm bekommt. Weil ich suche überall nach einem Schnittprogramm. Hoffentlich habt ihr es nicht gehört. Warte, ich bin nämlich kurz am Telefon gedatscht. Mann, geht die Suche lang. Hoffentlich rede ich nicht zu laut. Und ich verspreche mich oft... Ich geh noch mal kurz raus und noch mal rein. Hallo? Danke. Aber vielleicht gern zwei Runden. Aha, endlich! Mann, Moment. Aber ich frag mich auch, warum da immer wieder... was immer wieder, wenn Menschen rausgehen. Da frag ich mich echt immer. Ich hab leider eine andere Tastatur. Also, die kennt ihr ja nicht. Aber ich hab eine andere Tastatur. Ich hatte eigentlich mal eine Gaming-Tastatur. Und... Ach, hindert mich dann. Und da... Aber da war die Tastatur halt auf Englisch. Und dann konnte ich nicht lenken und so. Da waren die Tasten komplett anders. Ich hab ein Tipp, geht niemals da drauf. Wirklich, das ist der beste Tipp, den man nur verraten bekommen kann. Geht immer... Ich wasche eigentlich immer dort hinten bei den Bällen. Aber... Ja, das bringt nicht viel. Ah! Sieh so! Ah! 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 Aber so find ich die ganz... Okay. Und ich hab ein Video von Zombie gesehen. Da... Also heute noch. Da... Da hab ich so... Da hab ich gelernt, dass man da bei den Bällen die so schwingen in die so... in der anderen Richtung schwingen. Dann... äh... Sollte man lieber am Rand rennen. Oh! Beste 50 Prozent. Ich bin schon etwas trainiert. In Folge ist es aber nicht so, dass ich... gewinnt kann. Ich bin mal im Finale gewesen und bin aus Versehen runtergefallen oder eher gesagt runtergerutscht. Dort, wo man springen muss. Das sind ja diese Kreise. Die großen. Da bin ich aus Versehen runtergelaufen. Aber das war so rutschig, der Boden. Da bin ich einfach glatt runtergerutscht. Ich kann mir nur das erste merken. Also ich bin da echt schlecht drin. Hi. Kirsche... 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 Traube. Kann ich mir noch merken. Das ist selber auf der anderen Seite auch so. Oben... Nein, nicht... Nicht der... Nein. Ich will nicht mehr. Ich will nicht... Ach, da. Also ich muss gar nicht mehr hingucken, weil ich... Ja. Ich bin da eh so schlecht drin. Ich bin das für ein Trauben oder Banane. Oh ja. Oh ja, das konnte ich mir gerade noch merken. Noch eins. Oh Mann. Hoffentlich. Ja. Drei, zwei, eins. Ach nee, Traube. Danke, Volga. Ich danke für die Hilfe. Ich hatte Glück. Pures Glück. Nur einer. Ey, zwei. Wie wenig. Aber ich habe schon mal null rausfliegen sehen. Das war so gescheuert. Da bin ich so schlecht drin. Wie kann man da eigentlich... Ich frage mich mal, ob man sich da immer noch an den Stangen festhalten kann. Aber ich probiere es nicht aus. Schreibt es mal in die Kommentare. Ich habe es nämlich in so einem Hack mal gesehen. In so einem Hack-Video. Aber hier hoch kann man... Ich spreche! Nein, nein, nein. Oha. Nein, 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 nein. Bitte nicht, bitte nicht. Ach nee. Der Schleim. Nein. Bitte, bitte. Nein. Ja. Oh. Ich habe so Glück. Nein. Blöde Stangen. Wow. Komm nicht. Der Schleim kommt. Nein, nein. Ach man. Erste Runde verloren. Gleich bekomme ich irgendeine Farbe beim nächsten Mal. Das Stato ist jetzt einfach so ein alter Logitech-Broken. Das ist einfach so eine normale. Aber das war so kacke. Mit dem Stopp. Ich bin da einfach direkt runtergerollt worden. Was waren da? Deswegen diese Lupen. Und ich habe den Tipp immer links gehen. Oh, nicht immer. Aber jetzt immer. Nein, nein, nein. Das Einhorn ist arm. Warum ist der eigentlich so rüber gesprungen? Das ist eigentlich noch normal. Ich hatte Glück. Ich hatte Glück. Ich hatte Glück. Das war super knapp. Ich habe auch eine lila Medaille bekommen. was war denn? Er ist wachs und war echt kacke. Ich habe schon beim Wack gesehen. Da ist er einfach bei Hexenwerk. Ne, nicht bei Hexenwerk, sondern bei Weckehex. Da ist einfach jemand direkt durchgefallen. durch die letzte Etappe. Durch die letzte Etappe. Durch die letzte Etappe. Schon wieder dasselbe. Aber die ist ganz egal. Das ist ja eh noch die zweite Runde. Also das zweite Minigame. Und jetzt sind schon wieder diese normalen Drehdinger da vorne. Also wo man gegenrenpeln muss. Also wo ich gleich ankomme. Ich will bei der Bande bleiben. Dann schieben wir das in. Oh, da ist gerade jemand durchgeglitscht. Warum kommt heute irgendwie nur dieses Ding? Ich wäre fast erwischt worden. Irgendwie sind es ganz kleine Begeitus. Ach nee. Nein. Bitte nicht. Bitte, ich verliere. WTF. WTF. Nein. Mann. Ich gucke nochmal, wie ich rausfalle. Ah, tschüss. Bam. Noch eine Runde, weil es so kurz war. Aber auch nur eine. Guck, dieses komische, diese komische Farb. Himbeere. Natürlich rüste ich sie aus. Vor allem bei einem Einhorn. Hä? Da ist ja nicht mal Himbeere. Die haben gelogen. Mann. Ich fühle mich betrogen. Betrogen, gelogen. Rennst dich. Kommt das Video gut an. Hoffentlich. Hoffentlich seid ihr gut zu mir. Guck mal da unten. Der Vollgeil, der sich da dreht. Das sieht aus wie eine CD. Oder eine Platte. Also vom Plattenspieler. Oh, ich tippe ja die Spitze vom Einhorn an. Mann. Danke. Danke. Mann. Warum dauert es eigentlich manchmal so richtig lang? Und sorry, dass ich noch kein Schnittprogramm habe. Ich habe zwar Filme mit Lora oder so in der Art. Aber das bringt nichts, weil es eine andere Datei ist, die YouTube nicht braucht. Warum machen die eigentlich so ein Huh-Geräusch? Wenn... Ach nein, nein, nein. Bam. Nein. 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 Ich wäre jetzt durch die Mech gefallen. Nein. Nein. Das wäre auch zu gut, wenn ich... Mann. Ife. Boah, was? Boah, muss man sich schwer hoch... Boah, muss man schwer hochglättern. Ich werde diese Runde sofort verlieren. Boah. Ah, mein Kopf. Nein, nein. Boah. Glück. Sagt man zu allen. Was? Hä? Mann. Was? Nein, nein, nein. Ich verliere. Also, das ist wirklich die letzte Runde. Dann ist mein Herz einfach nur noch tot. Nein. Okay, tschüss. Gut, bis zum nächsten Video, wenn es noch ein nächstes gibt. Und, ja, ich mache OBS aus. Und, ciao. Ja, tschüss. tschüss. Tschüss.